Oh, hi. Guck mal, da hängt jemand. Hallo. Die Musik hier ist aber richtig cool. Also, ich muss jetzt ehrlich mal feststellen, das Spiel baut sich ja nicht nur mit einer Metal-Handlung auf, sondern benutzt auch so ein paar Metal... weiß ich nicht... Solos und alles drum und dran im Hintergrund. Ich glaub, hier bin ich nicht erwünscht, oder? Hallo! Hallo! Ich weiß doch, dass ich hier nicht erwünscht bin. Ah, gib aber weg! Ich glaube, was hat jemand Insekten-Spray? Ich aktiviere Insekten-Spray! Huah! So. Aber ich bin fast fort. Es ist nicht so, ich erhol mich ein bisschen. Ih, was ist denn das hier? Ih, was ist das denn? Was ist das, was ist das denn hier? Hallo? Was bist du denn? Irgendwas aus Knochen und Knochen. Hä? Ich bin ja... Wo ist denn hier? Wo geht's denn hier weiter? Ich seh nix. Hallo? Ist das hier der weitere Weg? Hä? Ne, hier ist nichts. Hier geht's nicht weiter. So, lauf mal ein bisschen. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Hallo? Hallo? Ah! Hilfe! Ah! Spinnen! Was mach ich dir gegen dich? Hallo? Hä? Hä? Hau an! Äh, irgendwie gehört das nix. Ah! Ah! Spinnenhorde in die wo gleichzeitig... Okay, Erzerschmetterung! 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 Okay, gut. Alles kapiert. Ihhh! Geh doch mal weg, ey! Erzerschmetterung! Oh! Ihr seid ja richtig penetrant, ihr kleinen Viecher! Ekelig! Einfach nur ekelig! Aber was wollen wir hier schon wieder? Geh mal! Weeg! Oh Gott, das wird jetzt ein bisschen nervig. Erzerschmetterung! Ich finde das nicht nett, was ihr gefeiftet. Au! Hört mal auf damit! Ich blitz euch gleich zu Tode! Aua! Meine Güte! Immer müsst ihr mich erst fast was zum Tod bringen. Und erst dann wollt ihr sterben. Das finde ich richtig penetrant von euch. Sag mal! Wenn wir euch auch ausweichen, dann hau ich auch noch auf die falsche Richtung. Oh! Das ist ja richtig doof. Nö! Ich muss hier mal weg. Geh mal weg! Ah! Geh mal weg! Hey! Hallo! Hallo! Ihr sollt mal weggehen! Einfach nur... Einfach nur weg! Ich finde es ein bisschen blöd. Hier gibt es leider keine Lebensanzeige. Aber man merkt es trotzdem, wenn man stirbt. Oder halt nicht. Jetzt haut doch mal ab, ey! Meine Güte! Ihr seid richtig penetrant, ekelig und spinnig. Und vierbeinig und augig und bäh! Und ich glaube... Das ist echt cool! Also das Konzept hier, das Spinnen-Seitenweben. Ich glaube nicht, dass ich hier... Oh, ich glaube hier bin ich richtig. Hallo! Guten Tag! Was geht? Ich glaube hier wirklich, hier bin ich richtig. Oh! Hi! Darf ich? Okay, ich will dich ja ganz höflich um die riesigen Bass-Seiten finden. Aber du wirkst nicht besonders zugänglich, also komme ich aus Respekt vor dir gleich zu dem Punkt, wo ich dir den Arsch trecke. Oh, gut! Dann drehe ich dir jetzt runter in den Arsch. Komm hier! Kommst du hier! Äh, was wir mal anvisieren? Aua! Nein, ich will dich anvisieren! Ah, das ist richtig. Ich glaube, du kannst mich auch wegrollen, das hat die Freunde... Ich mach dich mal kurz. Du bist ja ein einfacher Gegner. Und hau ihn voll auf die Fresse! Voll auf die Fresse! Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen angepisst. Hallo, Spinnen. Wo ist du denn? Hallo! Äh! Ist nicht weglaufen! Äh, ja, irgendwie bringt er es selbst nicht. Das bringt es nicht. Ah! Hilfe! 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 Geh weg! Hilfe! Hilfe! Einfach nur weggehen! Ich mag euch nicht. Mann! Ich kann doch nur dich mal treffen, ey! Oh! Evi! Hilfe! Hilfe, Spinner! Spinner! Ah! Geh weg! Geh weg! Geh einfach nur weg! Einfach nur aufhauen! Und mal aufhauen! Ah! Was willst du von mir? Ah! Ups! Äh, ja. Muss mal ein bisschen zu dollen. Na, was hast du dazu? Ah! Okay! Du hast nichts Gutes dazu zu sagen! Ich merke schon. Geh mal weg! Lass mich in Ruhe! Jetzt reg ich dich aus! Äh! Ich hab dich getroffen! Äh! 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 Jetzt geht mal an dir vorbei! Und jetzt gibt's voll auf die Fresse! Mit meiner schönen Axt! Hier, bitteschön! Wie kostet es? Äh! Ich glaub nicht, dass du das gemacht hast! Ah! 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 Was? Du Eier in der Ruhe eben? Schätze! Ah! Äh! Ach, nö! Nicht schon wieder! Ich sag mal, dass du hier bist du schaffst! Aua! Komm auf damit, ey! Spinni, Spinni, Spinni! Ich hasse dich! Hopp! Jawohl! Schirm in den Kopf rein, Rieser! Hier bliebst, wird heute auf der A59 eine riesen Spinne mit dem Autokennzeichen Spinn dich in den Tod! Du bist ja immer noch am Leben! Meine Güte! Du bist ganz schön zäh! Du bist ja ganz schön zäh! Jetzt flattest du da wieder auf dein komisches Spinnnetz und jetzt holst du deine komischen Framde wieder! Ich merke das schon! Du hast einen geordneten Ablauf! Das finde ich sehr gut! Kann ich nicht angemühen! Hey, hört mal auf damit! Ich sag mal! Jetzt wird es langsam ein bisschen mehr mitrad! Das muss man mal so sagen! Oh, voll durchgeschnitzt! Fühlig durchgeschnitzt! Und auch durchgeschnitzt! Aua! Immer auf damit! Fiss dich! Aua! 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 Das will ich nicht sehen! Können wir das überspringen bitte? Weg! Und so! Danke! Hallo! Weg! Weg! Ich hab das schon gesehen! Ich will das nicht normal sehen! Ah ja, okay! Okay! Los! Rage Mode! Rage Mode! Komm her! Ja ja! Fiss dich! Kleine Spinne! Jetzt komm her! Nee, ich glaube nicht! Ja, los! Und jetzt hau hier einfach völlig in den Gas! Mann! Fick dich! Du kleines Stück Scheiße! Hast dich gerade einfach gesiegt! Das finde ich nicht nett! So, jetzt haust du wieder nach hinten ab in dein komisches Netz! Bist du berührt? Übrigens sehr leid, dass ich hier völlig versagt habe! Weil, ich hab keine Ahnung! Ich bin halt einfach gescheit! Hey Leute, seht mal meine Axt! Ja, komm her! Komm! Einfach her! Scheißvieh! Scheißviehschaft! Nur wegen euch hab ich gerade verloren! Ey, sag mal! Hört mal auf! Ihr seid völlig penetrant! Nervig! Und eiskalt! Ich glaube, dass das dir nicht so gefallen hat, oder? Hey, wir will schon hören! Boah! Ich bin das nicht schnell! Nein, nein! Jetzt komm, mach! Meine Güte! Boah, eine Spinne! Ja, hau rein! Hau rein! Nee, da, ich hab da einen Bördbein, oder? Also, ehrlich! Hau einfach mal ab, ey! Scheiß Ding! So, jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt! Jetzt sind wir wieder in derselben Phase wie eben gerade! Es ging nämlich schneller! Trhythmischer! Und, keine Ahnung! Ich bin besser geworden! Glaube ich! Erstmal hier alles wegbämsen! Und dich besiegen! Hey! Nicht dich! Aber gut, dann besiege ich halt dich! Und wegbämsen! Komm! Ja! Ah! Wegbämsen! So ist richtig! Ey, ihr scheiß Viecher! Nicht schon wieder! Nicht nochmal! Nicht nochmal! Nicht nochmal! Was willst du jetzt? Hä? Hä? Ja, jetzt hab ich euch voll gegeben! Wo ist denn eure Mutter, Spinne? Ah! Wow! 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 Ich glaube, die Spinne wird kein Song. Wow! Komm schon! Komm, reg dich auf! Komm, reg dich auf! Reg dich einfach nur auf! Oh! Dein Ernst? Mehr kannst du nicht! Mehr hast du nicht drauf! Wow! Lass mich vorbei! Ich muss dich besiegen! Komm! Schnell, zuse weg! Was? Wenn sie ihren Motor entbläst? Wenn sie ihren Motor entbläst? Aha! Das mach ich da also! Die ganze Zeit! Wir einen Glitz geben, wenn sie ihren Motor entbläst! Ist klar! Ist klar! So, und jetzt schnitzeln wir dich endlich mal weg hier! Und! Final! Ey, das war ja wirklich der fein, der Schlag! Das hab ich noch nicht mal gewusst! Alter! Hör mal hier auf, ja? Das hat viel zu lange gedauert! Ich muss echt Gas geben, um sie rechtzeitig zum Killmaster zu bringen! Ja, ich gebe zu, das hat wirklich etwas zu lange gedauert! Was denkst du dir da gerade? Oh, wir bauen uns schon wieder ein neues Fahrzeug! Aus der kaputten, toten Spinne? Oh! Oh! Ja! Oh! Hoffentlich schnell! Oh! 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 Alle Narben, Blutungen, Wunden sind wieder weg. Oh yeah. So ist das richtig cool. Hey, das war ich? Alter! Alles klar, komm uns mal in Bladehenge besuchen. Wir erwarten neue T-Shirts, die werden dich voll umhauen. Ähm, ja, so sagt man das heutzutage. Okay, gut, also danke für eure Hilfe. Was zum Geier? Sekundäre Missionen. Auch wenn die Rohde zufäll, was zuallererst seine Band verpflichtet ist, wirst du unterwegs doch eine Menge Leute vergessen, die deine Hilfe brauchen. Mit Sekundären Missionen erfreust du die Metal-Gutter und Bredeens Feuer-Truppert. Ach, das ist ja cool. Das ist richtig cool. Neue Objekte im Motorenschmiede. Hey, mach stehen! Ich will mit dir reiten! Yay! Woo! So, ich würde auch sagen, wir wurden hier mal aufhören. Ich weiß, es ist gerade richtig cool und spannend und krass und wow. Ich finde das richtig geil. Muss ich sagen, also das Spiel begeistert mich einfach immer noch völlig von der Atmosphäre, von der Umsetzung, von den Stimmen, von den Charakteren, von Bäm, 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 alles drum und dran, krass, scheiße, Bäm, ey, Metal, Headbang! Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich hier lang kaffe. Was, hängt da gerade ein Arm? Hängt da gerade ein Arm? Ist das hier ein Arm, der da hängt? Das da? Oh, das sind wirklich Arme. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ah, wups, die habe ich davor gar nicht gesehen. Naja, was soll's. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dieser Vulkan sieht echt unheimlich aus. Ich werde jetzt bis zu diesem Ort dahin reiten. Warte mal, werde ich da wirklich hinreiten? Das ist unsere nächste Mission. Naja, das ist unsere aktuelle Mission. Das ist die Primärsinn. Oh, ich sehe gerade. Jetzt haben wir die ganzen Sekundärmissionen hier auch angezeigt. Naja, ich werde, glaube ich, ein paar Sekundärmissionen das nächste Mal noch machen. Oh, hier in der Nähe ist gleich eine. Wollen wir mal eine vielleicht noch? Überfalle den Feind und beschütze deine Truppen. Wollen wir mal eine wenigstens machen? Eine wäre doch, glaube ich, was Schönes. Dann können wir noch zu diesem Berg hin. Los! So, was gibt's? Gilt ihr Typen deiter Würstchen? Wir haben gehört, dass hier bald ein paar feindliche Späher durchkommen. Ja, verstecken. Wir planen einen Hinterhalt. Ihr versteckt euch an diesem riesigen Feuer? Willst du den Hinterhalt kritisieren oder dabei mitmachen? Ich mach mit. Ich mach mit. Wenn das für euch okay ist, wäre ich bei dem Hinterhalt gern dabei. Der guten alten Zeiten willen. Okay. Ich sehe niemanden. Die kommen schon. Oh, hi. Du bist ja auch da. Was für aufgeblasene Bastarde. Als könnten sie einfach durch unser Land marschieren. Echt gut. Ich glaube, ich kämpfe so. Ey, hör mal auf, den zu schlagen. Ich kenne das nicht, ne? Hörst du jetzt mal auf damit? Hallo? Hörst du mal auf damit, habe ich gesagt. Krass, ich hab mir einfach niedergelassen. Warum? Oh, was ist da gerade explodieren? Was zum Geier? Ja, oh, ich habe, ich habe, glaube ich, ähm, ich hab, glaube ich, irgendwie unseren Typen in die Luft. Ja, klar, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen vor. Der Typ ist also dafür da, um uns zu heilen, so gesehen. Yeah! Was für aufgeblasene Bastarde. Als könnten sie einfach durch unser Land marschieren. Ich blitzere euch einfach alle tot. Hey, steh auf. Du musst das ernst nehmen. Ja, Mann, das war alles gut. Ja, los. Schnetzel ihn weg. Ja, der ist schon mal weg. So, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier mache. Wie? Nein! Wo war es so, die ist denn? Die ist nicht gut. Unter Motore, die sind die Luftgeflügel. Wir haben das gewonnen. Yeah, wir sind so gut. Ja, das gefällt mir. Okay, das wäre erledigt. Und jetzt weiter grillen. Yeah! Okay. Äh, was? Die Nebenmissionen sind jetzt abgehakt. Gibt es hier keine mehr? Krass. Okay, ich würde... Oh, da hinten gibt es noch eine. Überfalle den Feind und beschütze deine Trüppin. Das ist wohl hier überall so. Überfalle den Feind, überfalle... Oh, nee. Bring das Bier an den Strand, bevor es warm wird. Ey, das sieht cool aus. Das ist... Das ist eine coole Mission. Ich glaube, bei dieser Sekundärmission machen wir das nächste Mal weiter. Und danach würde ich sagen, gehen wir die Premiere-Mission weiter an. Gut. Ich freue mich drauf, wenn es heißt, bring das Bier schnell zum Strand, bevor es warm wird. Denn sonst ist es kacke. Denn warmes Bier, wie wir alle wissen, schmeckt scheiße. Gut. Ich würde sagen, das war es erst mal von Brutal Legend. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir mit Eddie draufhauen in dieser höllischen, guten Welt. Und bis dahin. Und wir sind raus.